Gegen 18 Uhr beginnen die Vernehmungen. Seit vier Tagen ist Jakob jetzt verschwunden. Ein erfahrener Ermittler kümmert sich um Gäfgen. Er versucht es auf die freundliche Tour, bietet ihm das Du an, probiert ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wieder und wieder appelliert der Beamte an Gäfgens Gewissen, den Aufenthaltsort des Kindes preiszugeben. Man konnte förmlich merken, wie er angespannt war, wie er versucht hatte zu überlegen, wie komme ich aus dieser Geschichte wieder raus. Was kann ich erzählen? Er hatte sich ganz offenbar auch schon Erklärungen zurechtgelegt, mit denen er für den Fall einer Festnahme vorsorgen wollte und Erklärungen anbieten wollte. Parallel dazu nehmen Kripo-Spezialisten Gäfgens Wohnung auseinander. Sie finden das Lösegeld, versteckt in Schachteln von Gesellschaftsspielen. Kleidungsstücke oder andere Spuren von Jakob finden die Ermittler nicht. Gäfgen erzählt derweil im Präsidium die Geschichte vom großen Unbekannten. Der hätte ihm 20.000 Euro versprochen, wenn er für ihn zwei Tüten mit Geld im Wald abholen würde. Die erfahrenen Beamten glauben ihm kein Wort. Schließlich schreibt ihm der Ermittler drei Alternativen auf einen Zettel und dreht sich um. Ist Jakob irgendwo alleine? Ist er unter Aufsicht? Oder ist er nicht mehr am Leben? Nach längerem Überlegen kreuzt Gäfgen an, der Junge ist unter Aufsicht. Die Beamten aber glauben ihm auch das nicht. Auch der Polizeipsychologe ist überzeugt, dass Gäfgen nicht die Wahrheit sagt. Jetzt wird auch die Öffentlichkeit informiert. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. In Frankfurt wurde der elfjährige Jakob von Metzler entführt. Der Junge wurde zuletzt gesehen am vergangenen Freitag gegen 10.35 Uhr an der Bushaltestelle Mörfelder Landstraße Stresemannallee. Der Druck auf die Beamten wächst weiter. Jakob ist seit vier Tagen verschwunden. Lebt er noch? Und wenn ja, versorgt ihn jemand? Um 22.15 Uhr ruft Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner einen leitenden Beamten an und fordert eine härtere Gangart bei der Vernehmung. Zur Not auch mit unmittelbarem Zwang. Die ermittelnden Beamten halten Daschners Idee nicht für zielführend. Außerdem haben sie rechtliche Bedenken und beschließen den Anruf des Vizepräsidenten zu ignorieren. Gegen Mitternacht nennt Gäfgen plötzlich die Namen zweier Brüder. Sie hätten das Kind geholt. Es befände sich in einer Hütte am Langener Waldsee. Ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando holt daraufhin die ebenso geschockten wie ahnungslosen jungen Männer aus dem Bett. Dass Gäfgen genau diese beiden völlig unschuldigen Brüder in den Fall mit hineinzieht, hat mit einer Geschichte zu tun, die weit in der Vergangenheit liegt. Das aber wissen die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und konfrontieren die beiden mit dem Vorwurf der Kindesentführung. Zum Glück hat er relativ Magnus erwähnt, also den Namen, da wurde ich dann relativ locker, weil ich dann eben wusste, okay, mit mir hat es nichts zu tun. Also schon irgendwo mit mir, weil ich genau wusste, irgendwo hat er mich hier reingezogen. Aber da ich ja auch fast schon zehn Jahre eigentlich keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, fand ich es dann schon auch ein starkes Stück von ihm nochmal, mich da in sowas mit reinzuziehen. Parallel dazu durchsuchen fast tausend Polizeibeamte das Gebiet rund um den Langener Waldsee im Süden Frankfurts. Aber keine der Hütten am See passt auf Gäfgens Beschreibungen. Im Polizeipräsidium fleht derweil Gäfgens Mutter ihren Sohn an, endlich die Wahrheit zu sagen. Statt ihr zu antworten, bittet er sie nur, seine kostbare Armbanduhr in Verwahrung zu nehmen, aus Angst, sie könne in der Uhrhaft abhanden kommen. Später stellt sich heraus, die Uhr ist geklaut. Die meisten Ermittler sind sich spätestens jetzt sicher, Jakob ist tot. Um 8.20 Uhr dann doch eine Spur. Die Suchtrupps haben in einer Hütte am See eine Art Kinderschlafsack gefunden, mit roten, blutähnlichen Anhaftungen. Daschner hält es nun für möglich, dass Jakob verletzt irgendwo in einem anderen Versteck liegt. Seine Theorie, Gäfgen spielt auf Zeit, hofft, dass sein kleiner Belastungszeuge stirbt. Daschner ordnet deshalb umgehend eine außergewöhnliche Vernehmung an, die noch für viel Wirbel sorgen wird. Zehn Minuten später sagt Gäfgen endlich die Wahrheit. Er nennt einen kleinen Privatsee, gelegen mitten im Wald, dem Schauerwald zwischen Bierstein und Schlüchtern. Hier hat Gäfgen öfter Sommerpartys gefeiert. Die Leiche des Jungen finden die Ermittler unter dem Badesteg. Gäfgen selbst weist den Polizeibeamten den Weg. Bei der Bergung der Leiche will er aber nicht dabei sein. Er verharrt in sich zusammengesunken neben einer Schranke. Er hat geweint und war sichtlich erschüttert. Zehn Tage später wird Jakob von Metzler beerdigt. Weit über die Grenzen Frankfurts hinaus nehmen die Menschen Anteil am Schicksal der Familie von Metzler. Die Trauerfeier in der Frankfurter Katharinenkirche wird auf den Platz vor dem Gotteshaus live übertragen. Hunderte nehmen gemeinsam mit der Familie Abschied. Eine Trauer, die keinen, abgesehen von der Trauer um den Jungen, die unbegrenzt war, die gar keine Grenze fand. Man wusste nicht, warum, wozu. Es war deshalb so unbegrenzt, weil überhaupt kein Sinn erkennbar war. Warum begeht ein 27-jähriger Jurastudent kurz vor seinem Examen ein solches Verbrechen? Wird der Prozess die Antwort bringen? Im April 2003 beginnt der Gerichtsprozess gegen Magnus Geffken. Das Interesse der Öffentlichkeit ist gewaltig. Gleich zu Beginn kündigt Geffkens Anwalt Endres ein umfangreiches Geständnis seines Mandanten an, in tiefer, demütiger Verbeugung vor der Familie von Metzler. Tatsächlich wird Geffken im Prozess das Verbrechen gestehen, aber das Opfer steht nicht im Mittelpunkt seiner Gedanken. Das, was bei Herrn Geffken rübergekommen ist, beim Gericht, ist, er tut sich sehr leid. Und das war durchgehend. Bei allen Bemühungen, uns dieses Tatgeschehen nahezubringen, er tut sich furchtbar leid, in welche Situation er sich gebracht hat. Diese verstörende Selbstbezogenheit entwickelt Geffken früh. Er wächst auf in der Heimatsiedlung, einer Arbeiterwohnanlage im Frankfurter Süden. Die Mutter erzieht ihn und den älteren Bruder liebevoll und streng katholisch. Der Vater ist Ingenieur, später immer wieder arbeitslos. Konflikte werden unter den Teppich gekehrt. Der Vater trinkt, die Mutter geht beten. Die Familie lebt zurückgezogen und äußerst sparsam. Die Kinder bekommen Stullen mit ins Freibad, während sich Klassenkameraden Pommes kaufen. Geffken wird in der Schule gehänselt, findet unter Gleichaltrigen kaum Freunde. Er ist kränklich, introvertiert, verklemmt und beginnt früh, sich die Fingernägel abzukauen. Anerkennung findet er zunächst nur in der Kirchengemeinde. Er leitet Kindergruppen. Bei den Kleinen kommt er gut an. Wenigstens da. Er gilt als fantasievoll, als einer, der sich rührend kümmert. Mit dem Beginn des Studiums entflieht er der Enge der elterlichen Welt. Geffken zieht ein paar Straßen weiter in eine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung. Er jobbt viel neben dem Studium und die Eltern geben ihm monatlich was dazu. Noch ein paar Straßen weiter aber beginnt in Frankfurt-Sachsenhausen die Welt der Reichen. Geffken ist inzwischen Jurastudent und hat sich mit einer Clique Jugendlicher angefreundet. Alle viel jünger als er. Alle Kinder aus schwerreichem Hause. Immer wieder begleitet er seine neuen Freunde nach Ibiza, in die Prachtwillen der Eltern. Selbstbewusst und sorglos seien diese Jungen gewesen, sagt er später. Geffken ist von der schönen neuen Welt fasziniert, ja, überwältigt. In diesen Kreis ist der Herr Geffken hineingekommen und das wollte er für sich auch haben.